Herzlich willkommen zu unserer ersten Edition unserer neuen Webcast-Reihe Inside Innovation, in der wir exklusive Einblicke hinter die Kulissen unserer TechQuartier-Community geben wollen und auch mit unseren Partnern in ihre Innovationsprojekte reinschauen und darüber sprechen, wie sie Best Practices in dem Bereich der kollaborativen Innovation leben. Ihr wart als einer der ersten und langjährigsten Partner eigentlich von Stunde eins mit dabei. Eigentlich waren wir sogar schon in Stunde null dabei, nämlich als das TechQuartier noch sozusagen am entstehen war. Genau, ich erinnere mich noch sehr gut an die ersten Augenblicke hier im TechQuartier, als wir die Baustelle begangen haben, als das hier entstanden ist, als die ersten Ideen entstanden sind. Und das war tatsächlich auch mein erster Arbeitstag für die DZ-Bank. Das war im Dezember 2015, als ich bei der DZ-Bank angefangen habe in der Abteilung Innovation und Digitalisierung. Da ging es nämlich gleich am ersten Arbeitstag darum, so etwas aufzustellen wie ein Center für, oder ein Hub für Startups, war ich sehr fasziniert und konnte da auch gleich sozusagen vielleicht noch meine eigenen Ideen oder meine eigenen Ansätze mitbringen, die ich auch schon vorher so aus dieser Startup-Welt gesammelt habe. Ich habe da ja auch in der Zeit vor der Bank mir schon so ein Netzwerk aufgebaut, hatte schon so ein bisschen so die, ich will nicht sagen die DNA geschnuppert der Startups, aber zumindest sehr, sehr viele interessante Kontakte gesammelt und habe mich darauf gefreut, auch hier vielleicht so ein bisschen enger beitragen zu können, wie eine Bank, wie die DZ-Bank besser auch noch mit den Startups zusammenarbeiten kann. Du hast schon ein bisschen was vorweggenommen, wir sprechen auch gleich nochmal über euer Innovation Lab. Ich würde gerne zum Einstieg kurz nochmal die erste Frage an dich stellen und zwar, was verstehst du unter kollaborativer Innovation? Wenn man so über Innovation spricht, dann hat man vielleicht früher immer so dieses Vorurteil, Innovation entsteht irgendwie so im stillen Kämmerlein, einer hat eine gute Idee und arbeitet die dann aus. Das passiert aber heute, das ist wahrscheinlich noch nie wirklich passiert, sondern Innovation entsteht eigentlich immer erst durch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Köpfen. Dass einer was formuliert oder vorformuliert oder eine Problemstellung formuliert, ein anderer reagiert darauf, das ist ja schon Kollaboration. Das heißt, ich schärfe die Idee in der Zusammenarbeit und das ist vielleicht auch das, was vielleicht auch hier die genossenschaftliche Finanzgruppe ausmacht, auch in der DNA der genossenschaftlichen Finanzgruppe liegt, nämlich versucht gemeinsam ein Problem zu lösen. Also nicht ein Einzelner schafft was, sondern dass man in der Gemeinschaft versucht, eine Lösung zu finden. Das gilt natürlich genauso für Innovation und das sehen wir auch in der praktischen Arbeit hier überall. Ja, super. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal konkret zu eurem InnoLab. Wie du gesagt hast, sitzen wir ja heute auch hier. Lass uns doch konkret, weil es ist ja ein Best Practice, kannst du so sagen, wie war das bei dem Aufbau eures Labs hier im TechQuartier? Kannst du uns ein bisschen mehr über die Initiative, über das Team dahinter erzählen? Genau. Also wir haben das, als wir das Innovation Lab aufgebaut haben, das wird jetzt im Sommer fünf Jahre alt, da hatten wir damals schon überlegt, ob wir ins TechQuartier ziehen. Damals war es aber von den Räumlichkeiten ja noch nicht möglich und da sind wir erst gestartet bei uns in den Räumlichkeiten. Und als sich dann die erste Möglichkeit auftat, vor drei Jahren glaube ich, vor drei Jahren sind wir dann hier rübergezogen und für uns war natürlich ein Ansatzpunkt genau auch dieses kollaborative Instrument oder dass man hier doch nochmal ein anderes Setup hat, ein anderes Setting hat, man hat hier andere Kontakte. Das war für Innovationsarbeit ziemlich wichtig. Einmal diese zufälligen Kontakte, die es hier gibt, aber auch die etwas andere Atmosphäre hier und aber auch dieses Drumherum mit interessanten Veranstaltungen, die hier stattfinden. Und das nutzen auch die Leute, die hier arbeiten, dass sie auch sich abends hier mal einen Vortrag anhören oder auch angesprochen werden und daraus vielleicht auch nochmal was Neues entsteht. Ja, sehr schön. Das geht auch so ein bisschen in meine nächste Frage über, ich meine Fünfjähriges, wir haben dieses Jahr auch Fünfjähriges, das heißt, das zeigt ja, dass wir von Anfang an im Gespräch waren. Was waren denn damals so die Erwartungen gerade in Zusammenarbeit mit dem Techquartier, weil wir es jetzt gerade gesagt, ihr fandet es super, dass hier viele Events stattgefunden haben, dass ja, dass einfach die Möglichkeiten angeboten waren, dass ihr euch involvieren konntet. Gab es denn darüber hinaus Erwartungen, sage ich mal, ans Techquartier, die so ein bisschen proaktiver vielleicht sind? Ja, also erstmal als das Techquartier, ich hätte gesagt, wir waren ja von Anfang an mit dabei, erstmal war es für uns zu dem Zeitpunkt wichtig, damals gab es ja überhaupt nichts in Frankfurt, ja, in dieser Richtung. Und in anderen Städten wie Berlin, München, Hamburg gab es schon solche Angebote für junge Unternehmen. Wir fanden es erstmal auch als DZ-Bank sehr wichtig, dass auch für den Standort Rhein-Main hier was angeboten wird. Das war sicherlich auch so eine übergreifende Komponente, aber da wir das ja auch von der Innovationsabteilung her mit gefördert haben, für uns war auch wichtig, dass wir hier gerade so einen Ort haben, wo wir auch mal unkompliziert mit anderen Unternehmen zusammenkommen, nicht nur mit Startups, auch man trifft sich hier hier auch nicht nur mit Startups, sondern trifft sich auch mit anderen Corporates. Das ist mindestens genauso wichtig für uns gewesen, dass wir uns auch mit denen austauschen können, dass man sich nicht immer offiziell verabredet, sondern dass man sich hier auch mal inoffiziell verabredet. Da sind auch für uns gute Kontakte daraus entstanden, auch regelmäßige Treffen und darüber hinaus, aber natürlich auch, dass wir das Tech-Quartier und auch das gesamte Angebot drumherum auch nutzen können, nicht nur für Workshops, für Veranstaltungen. Wir führen hier viele Veranstaltungen auch durch, viele Workshops durch, aber auch, dass wir auch teilnehmen können und auch uns weiterbilden können, was Innovationen betrifft und hier auch neue Ideen aufsammeln können. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das Innovation Lab tatsächlich funktioniert? Habt ihr ein bestimmtes Framework, nachdem ihr arbeitet? Ja, also einmal gibt es bei uns ein Framework für den Innovationsprozess, insgesamt für das Innovationsmanagement, aber das wäre wahrscheinlich jetzt zu langweilig für die Zuschauer, für das Innovation Lab. Das Innovation Lab hat ursprünglich begonnen nur mit einem sogenannten Prototyping Lab, wo innerhalb von zwölf Wochen die Kollegen ganz konkrete Prototypen entwickeln, weil wir dann aber gemerkt haben, das ist gut, wenn man sozusagen irgendwas verproben will, wenn man auch genügend Zeit hat, auch genügend Ressourcen hat, um eine Idee auszuprobieren, aber manchmal geht es im Fachbereich nur darum, ich habe eine Problemstellung und ich muss erstmal für diese Problemstellung eine Idee entwickeln. Da haben wir gesagt, wir haben diese Formate erweitert. Wir haben dann noch ein sogenanntes Sprint Lab entwickelt, da geht es dann eher darum, nach der Google Design Sprint Methode, innerhalb von einer Woche aus einer Problemstellung oder einer ersten Idee, mal so erste Lösungsansätze zu entwickeln. Und wir haben dann vor zwei Jahren auch noch angefangen, weil ich hatte erzählt, dass das bei uns sehr nah ist an den praktischen Bedürfnissen des Hauses oder der Fachbereiche und der Gruppenunternehmen. Dadurch aber Themen, die weiter in der Zukunft liegen, vielleicht so ein bisschen, möglicherweise so ein bisschen runterfallen, aber wir denen auch Raum geben wollen. Dafür haben wir dann das Format Trend Lab entwickelt. Da geht es darum, so eher Themen in die Zukunft, die weiter oder von denen wir geglaubt haben oder glauben, dass die weiter in der Zukunft liegen, die hier auch sehr frühzeitig zu betrachten. Ich kam deswegen so ein bisschen ins Stocken, weil ich habe gerade an zwei Themen gedacht. Zu dem Zeitpunkt, als sie vorgeschlagen wurden, lagen die noch sehr weit in der Zukunft gedanklich. Das Thema digitale Währung und das Thema Tokenisierung, aber die sind mittlerweile so dicht in der Realität angekommen, dass wir gesagt haben und dass wir jetzt auch im Nachhinein sagen können, dann lagen wir jetzt goldrichtig damit, weil daraus dann auch in der Folge in den Fachbereichen der Bank dann auch die, hoffe ich, dann richtigen Entscheidungen getroffen worden sind, um an diesen Themen auch weiter arbeiten zu können. Aber vielleicht noch mal eine kurze Frage angeschlossen daran. Funktionieren diese drei Bereiche gesondert voneinander oder ist es beispielsweise so, was ich mir auch vorstellen könnte, etwas kommt ganz neu rein, dann ist es im Trend Lab oder eine neue Idee aus dem Fachbereich, die jetzt vielleicht nicht so neu ist, die kommt rein und ihr geht erst ins Print Lab und dann geht es ins Prototyping Lab oder sind das so Themen, die so auch nebeneinander funktionieren können? Also das ist gut, das, was du jetzt beschreibst, ist so die Idealvorstellung. Ich habe mal was ganz Neues, das entdecke ich dann oder lege ich das erste Mal tiefer im Trend Lab, dann habe ich da in dem Trend Lab entwickeln wir auch schon mal so erste Anwendungsfälle, aber nur auf so einer sehr groben Ebene. Da könnte man die in einem Sprint Lab eine Runde tiefer legen und mal ausarbeiten und wenn man dann von denen ausgearbeitet hat, dann könnte man anschließend den ersten Prototyp und Prototyping Lab machen. Das haben wir auch schon gehabt, solche Fälle, aber das funktioniert auch natürlich unabhängig davon. Also wir haben beispielsweise auch am Anfang diesen Trend Lab, ich hatte das schon erwähnt, zum Thema Quantencomputing gemacht. Wir haben jetzt nicht gleich einen Quantencomputer gebaut, wir haben jetzt aber, glaube ich, für den nächsten Durchgang tatsächlich eine Bewerbung für das Thema, für die Nutzung von Quantencomputern. Also hätte ich gar nicht gedacht damals, als wir das Trend Lab durchgeführt haben, aber das hat Fachbereiche dazu angeregt, jetzt mal konkret über Anwendungsfälle nachzudenken und jetzt einen konkreten Vorschlag zu entwickeln. Es muss halt auch so ein Outcome haben, weil sonst fragt man sich, warum man in diesen, welches Lab dann oder welcher Lab-Bereich auch immer, weil es muss ja diesen Outcome haben, wo man sagt, es hat dann auch eine Implikation auf wie geht es dann weiter. Genau. Jetzt habe ich noch zwei Formate vergessen. Jetzt habe ich Trend Lab, Sprint Lab, Prototyping Lab, aber wir haben noch ein Process Lab und wir haben noch ein Data Lab. Auch gerade das Data Lab, weil gerade so die Fragen nach dem Thema künstlicher Intelligenz, intelligente Nutzung von Daten hat uns auch sehr umgetrieben und da haben wir auch Spezialisten dafür bei uns im Hause und die schauen sich dann ganz konkret an, was kann ich eigentlich mit künstlicher Intelligenz, was kann ich denn eigentlich auch mit Daten machen. Und auch das ist sehr gut angenommen worden von den Fachbereichen. Dirk, wie würdest du denn beispielsweise beschreiben, wie ihr den Erfolg des InnoLabs bewertet? Also wir haben ja für den Erfolg des InnoLabs, den bewerten wir zum Beispiel daran, wir haben ja hier oder wir bieten ja hier die Fachbereiche oder bieten ja hier eine Plattform für die Fachbereiche, neue Ideen zu entwickeln oder aus Problemstellungen überhaupt erstmal Ideen zu generieren oder auf Basis dann ihrer ersten Ideen dann auch Lösungen zu entwickeln. Und was für uns ein ganz wichtiger Kernfaktor ist, wie viele tatsächlich auch dieser Ideen und Lösungsansätze auch tatsächlich umgesetzt werden anschließend. Das ist ja ganz häufig, man macht häufig Ideen, sammelt man ja permanent, aber es ist immer die große Frage, wie viel setzt sich denn eigentlich davon um? Und da haben wir, und das messen wir auch regelmäßig, da haben wir eine Umsetzungsquote, die liegt so ungefähr bei 70 Prozent. Das heißt, 70 Prozent der Themen, die wir hier im Lab bearbeitet haben, werden dann auch im Nachgang tatsächlich auch in Projekten umgesetzt oder manchmal sind sie auch schon fast abgeschlossen. Und über diese Umsetzungsquote sind wir sehr stolz. Wir finden die sehr hoch, auch im Vergleich zu anderen Aktivitäten. Ich kann aber auch gleich schon sagen, woran das liegt oder was wir glauben, woran es liegt. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Themenstellungen, auch die wir bei uns im Innovation Lab haben, eben auch Themenstellungen sind, die die Fachbereiche bewegt. Das ist bei uns nicht so, dass wir unsere eigenen Ideen hier aus unserer Abteilung hier reinbringen, sondern wir bitten die Fachabteilung, Fachbereiche, Gruppenunternehmen dazu, hier ihre Themen einzubringen. Das heißt, wir sind mit den Themenstellungen sehr dicht an dem dran, was auch tatsächlich hier relevant ist. Okay, ja, super. Also super interessant. Ich glaube auch, dass es einfach nur funktioniert, wenn es realitätsnah ist. Also wir sagen ja immer gerne, bitte kein Innovationstheater. Es soll ja wirklich konkret sein. Mich würde auch noch mal interessieren, was so die größten Showstopper aus deiner Sicht war. Gab es irgendwie große Challenges auf dem Weg von damals bis heute, wo du sagst, die waren einfach noch mal ein bisschen schwieriger zu überwinden im Rahmen der Initiative oder des Projektes? Erstmal war das ja vom Vorstand auch gewünscht, dass wir sowas machen, dass wir das aufbauen hier, was sich Innovation Lab nimmt. Der Vorstand hat das auch von Anfang an und bis heute immer sehr stark unterstützt. Und das macht auch Spaß. Das sieht man auch zum Beispiel daran, dass die Themen, die wir hier im Prototyping Lab haben, dass die auch immer zum Abschluss beim Vorstand gepitcht werden. Das heißt, die Teams, das ist immer ein Highlight auch für die Teams hier im Innovation Lab, für das Prototyping Lab sozusagen, die dürfen am Ende ihre Themen beim Gesamtvorstand vorstellen. Und der Vorstand entscheidet auch über die Auswahl der Themen. Das heißt, wir legen im Vorstand die Themen vor, das heißt, dieses Engagement ist sehr hoch. Das war, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung. Und so wirklich große Hürden. Große Hürden ist natürlich, am Anfang muss man das bekannt machen, man konkurriert in den Ressourcen auch immer gegen andere Themen und andere Aufmerksamkeiten. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile so gut etabliert, sodass wir auch mit dem Themen-Nachwuchs, das ist ja auch nicht immer ganz einfach, man muss dann die richtigen Themen ja auch vorschlagen oder finden. Da gibt es eigentlich kein Problem. Wir haben eigentlich eher das Problem immer, dass wir zu viele Themen haben. Und wir können leider auch nicht alles aufnehmen. Was habt ihr, oder sage ich mal, was hat euch am meisten davon überzeugt? Du hattest das zwar am Anfang schon gesagt, einfach grundsätzlich, weil es noch nichts so gab, aber wie ist denn so die Verbindung zwischen dem Lab tatsächlich und dass ihr das einfach hier auch mit einer, ich meine, ihr wart einer der ersten Partner, Champion-Partner im TechQuartier, warum ihr das auch einfach verbinden wolltet? Wie kannst du mir vielleicht noch ein bisschen mehr über den Austausch zwischen Lab und dem, was ihr vielleicht sonst in Anspruch nehmt, im TechQuartier erklären? Also für uns war eigentlich von Anfang an auch mit der Partnerschaft immer verbunden, auch der Reiz, auch mal hier zu arbeiten, auch in dieser Atmosphäre. Es macht ja auch Spaß, hier zu arbeiten. Ich finde, ich sitze auch immer gerne hier. Allerdings sind das noch zwei verschiedene Sachen, einfach zu sagen, man arbeitet hier und dann sagt man, ja gut, und was arbeite ich jetzt hier, meinen normalen Tag oder was auch immer. Und da ist es eigentlich naheliegend, dann auch irgendwann zu sagen, nee, dann bauen wir doch, dann holen wir doch auch unser Lab hierher. Also wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wir haben das Angebot, dass die Kollegen hier auch die Arbeitsplätze nutzen können, haben wir auch den anderen Einheiten gemacht. Also wir haben ja so eine bestimmte Mindestanzahl an Plätzen. Aber das macht dann kaum einer, dass er einfach sagt, ich komme jetzt einfach mal so her. Aber wenn man sozusagen anlassbezogen, nämlich gerade hier für die Teams und die Gruppen hier arbeiten, kann, dann ist es doch was anderes. Das war also für uns dann auch noch mal so ein Ansatzpunkt zu sagen, so können wir dann auch dieses Raumangebot, was wir hier zur Verfügung haben, dann auch tatsächlich auch sinnvoll nutzen. Und wie gesagt, wie ich dann auch vorhin schon sagte, das macht ja auch Sinn, einmal hier zu arbeiten, manchmal auch mit Unternehmen hier aus dem Tech-Quartier zusammenzuarbeiten, aber auch die Infrastruktur hier und das gesamte Umfeld zu nutzen. Und wichtig ist auch, darf man auch nicht verhehlen, klar. Also die Bank ist nicht weit, das ist dann für die Leute tatsächlich auch manchmal ein Vorteil, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt nicht weit fahren. Und ich habe hier trotzdem alle Möglichkeiten, unabhängig sozusagen zu arbeiten. Kannst du uns vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wo euer Team dann auch wirklich diesen kollaborativen Ansatz gefahren hat und wo ihr ein konkretes Projekt mit einem Member oder einem anderen Partner aus der Community hatte? Also genau, also erstmal haben wir diverse Projekte im Innovation Lab gehabt, wo wir, oder auch jetzt, wo wir auch mit Start-ups und Unternehmen zusammenarbeiten. Aber ich meine, so ein fast klassisches Beispiel, das ist schon fast kitschig, das Beispiel, ist ja vielleicht Jus Quantum, die hier nebenan sitzen. Mit Jus Quantum, die haben wir tatsächlich hier kennengelernt, weil sie hier einfach einen Banner im Tech-Quartier aufgebaut haben. Und da stand Quantencomputing drauf, das hat mich dann neugierig gemacht. Und tatsächlich hatten wir zu dem Zeitpunkt, wir haben ein neues Format entwickelt, das nennt sich Trend Lab. Da geht es um zukunftsorientierte Themen, gar nicht darum, jetzt unbedingt aktuell genau heute was zu machen oder heute ein bestimmtes Problem zu lesen, sondern zukunftsorientierte Probleme zu verstehen. Und da haben wir die angesprochen, Jus Quantum, und gefragt, wir wollen hier so ein Trend Lab veranstalten und könnt ihr uns dabei unterstützen? Und da haben die natürlich Ja gesagt und daraus ist dann ein sehr guter Kontakt geworden und ein sehr gutes Format geworden, was wir dann auch mit denen zusammen gemacht haben. Also das war so ein bisschen zufällig, wobei ich möchte gleich diese Illusion nehmen, dass aus Zufall ganz viel entstehen kann. Das ist vielleicht eine Illusion, das muss man auch ganz realistisch sehen, das passiert nicht so oft, sondern eigentlich hat man dann vorher, meistens hat man zu einer bestimmten Fragestellung schon vorher eine Idee, mit welchem Start-up man zusammenarbeitet und ob man überhaupt mit einem zusammenarbeitet. Was denkst du, macht in diesem ganzen Ansatz die Dezettbank so konkurrenzfähig im Vergleich zu den anderen Wettbewerbern im Markt? Was glaubst du, in welchem Umfang stärkt euch das, wenn wir jetzt Richtung generell, ob wir es digitale Transformation nennen oder die großen Technologietrends, wie glaubst du, wird sich das, weiß ich nicht, in den nächsten fünf Jahren auszahlen? Ich glaube, dass wir als Dezettbank und als Dezettbank-Gruppe da auf dem richtigen Weg sind, dass wir ja sehr offen sind auch für Innovationen. Das merkt man eben auch in der Bank selbst. Merkt man auch an dem Zuspruch und der Auseinandersetzung der Mitarbeiter mit innovativen Themen. Das merkt man vor allem auch daraus, wie der Vorstand auch die Themen begleitet und auch unterstützt. Und ich kann nicht, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob wir das besser machen oder schlechter machen als andere. Ich glaube, wir machen es so gut, dass ich damit jetzt zufrieden bin. Ich sage mal, es geht natürlich immer noch ein bisschen mehr. Man wünscht sich immer noch mal, hier noch mal vielleicht noch was drauflegen zu können. Aber man muss dann auch schon mal realistisch sein. Ich glaube, dass die Dezettbank schon auch ihren Fachbereichen, Gruppenunternehmen, Mitarbeitern schon sehr viel auch ermöglichen. Über welche Wege direkt oder wie hat es denn tatsächlich dazu geführt, dass du in die Innovationsabteilung und dann tatsächlich in dieses Team fürs InnoLab dann gekommen bist? Weil du warst ja der Mitinitiator. Der Initiator ist eigentlich mein Chef, der Franz Welter gewesen. Und der hat mich damals auch angeworben, als ich damals noch für Unternehmensberatung gearbeitet habe. Und tatsächlich ist es so, wir kannten uns. Es gab im Bankenumfeld gar nicht so viele Leute, die sich zu diesem Zeitpunkt vor, ich sage mal, vor sechs, sieben Jahren mit dem Thema Digitalisierung und Fintech befasst haben. Ich glaube, den Begriff Fintech gab es damals noch gar nicht unbedingt. Und wir kannten uns so aus dieser Zeit. Das war so ein relativ kleines Netzwerk so in Deutschland. Und irgendwann hat er mich gefragt, rief er mal an, sagt, ich glaube, damit haben wir uns noch gesiezt irgendwie. Ja, er würde hier so ein Team aufbauen und ob ich Interesse hätte. Und das klang für mich sehr gut, fast zu gut. Aber das klang wirklich, oder ist dann wirklich so gut geworden, wie es klang. Und ich habe bis heute nicht bereut. Ja, sehr schön. Diesen Wechsel. Ich meine, das zeigt ja auch wieder, dass die Netzwerke dieser Zeit auch einfach wichtig sind. Also ich meine, da ist auf jeden Fall was dran. Also Netzwerkgedanke spielt schon eine Rolle. Und aber bei dem Thema war, ist glaube ich auch wichtig, gerade bei diesem Thema im Banking. Zu dem Zeitpunkt war das im Banking noch nicht Mainstream gewesen. Und da musste man schon eine Menge Durchhaltevermögen haben, um überhaupt an dem Thema dran zu bleiben. Aber mir hat das halt eine ganze Menge Spaß gemacht, auch schon zum damaligen Zeitpunkt, weil ich gedacht habe, okay, das ist ein Weg, wie sich Banken verändern können und verbessern können. Und ich glaube, die Banken sind auch jetzt mittlerweile auf einem guten Weg hier in Deutschland. Man merkt auch, dass du Spaß dran hast. Ja, danke. Vielleicht nochmal ganz kurz zu deiner persönlichen oder zu deiner persönlichen Wahrnehmung von Digitalisierung und Trends nochmal eine ganz andere Frage. Welche kannst du eine jüngste Innovation nennen, die dein Leben verändert hat? Eine jüngste, die mein Leben verändert hat? Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu dramatisch ausgedrückt, aber was fandst du denn wirklich gut? Also ich sag mal so, das Internet hat schon mein Leben verändert, weil ich meine Frau durchs Internet kennengelernt habe. Und zwar Ende der 90er Jahre, schon als es noch keine Kontaktplattform oder sowas gegeben hat. Ja, immerhin. Ja, aber das ist ja nun schon über 20 Jahre her. Aber es ist eine schöne Geschichte, finde ich. Das ist schon so lange her, aber damals, wir haben uns tatsächlich über diesen Weg erst online kennengelernt. und wie gesagt, aber damals gab es noch kein Tinder und ich weiß nicht, wie das alles heute heißt, ja. Das gab es damals noch nicht, aber das war tatsächlich so. Aber das ist schon etwas älter, die Geschichte. Sehr schön. Lass uns doch mal so Richtung Gesamtfazit kommen und auch noch mal überlegen, welche Learnings könnt ihr denn aus dieser multidimensionalen Zusammenarbeit mit anderen Partnern, Firmen auch weiteren Unternehmen geben, wo ihr sagt, das ist aus unserer Sicht das, wie es am Ende funktioniert und was wir euch gerne mit an die Hand geben wollen. Also einmal glaube ich, dass es ganz wichtig ist und das haben Banken aus meiner Sicht, also nicht nur wir, sondern das haben glaube ich fast alle Banken erkannt, dass man nicht für alle Problemstellungen selber Lösungen entwickeln muss im Hause. Denn das war, als ich in der Bank angefangen habe, meine Ausbildung gemacht habe und auch im Beruf gearbeitet habe, da hat man immer gedacht, man muss alles selber machen. Das braucht man tatsächlich nicht mehr. Das ist aber glaube ich mittlerweile Alleingut. Alleingut ist auch kein Alleingut mehr, ist auch heute, dass man sich einfach öffnet für diese Start-up-Welt, weil wir auch einfach gesehen haben, da liegen viele gute Ideen. Da liegen nicht nur gute Ideen, sondern da liegen auch viele interessante Personen, mit denen man auch gut zusammenarbeiten kann. Und das ist glaube ich auch mittlerweile so ein Denken so auf Augenhöhe, wo sich beide auch so gleichberechtigt begegnen. Und dann glaube ich ist natürlich, dass man tatsächlich auch intern versucht, sich offen zu halten für neue Themen und nicht zu schnell und gerade bei jungen Leuten nicht zu schnell die Leute sozusagen wegrätscht, wenn die mit irgendwelchen wilden Ideen kommen. Sondern manchmal muss man wilde Ideen vielleicht mal ein bisschen reifen lassen. Ja, aber dann sollte man den Leuten auch mal die Zeit zum Reifen geben. Aber ich erinnere mich noch an viele Zeiten, auf frühe Diskussionen in meiner früheren Zeit, als das Internet aufkam. Das klingt jetzt so ein bisschen echt lange her. Aber als ich das erste Mal in meiner damaligen Bank ankam und sagte, wir brauchen immer sowas wie ein Internet, dann musste ich erst mal erklären, was das Internet ist. Und dann, ich weiß noch die Antwort, ich muss dir einfach hier mal sagen, da sagt der andere, Internet, das ist doch sowas wie BTX, das wird nichts. Wortwörtlich, ich habe den Satz nie vergessen. Und damals habe ich sehr, sehr gekämpft dafür, dass man überhaupt einen Internetanschluss bekommen hat. Und ich hätte mir immer gewünscht und habe mir immer gewünscht, dass man auch mal einfach dann, und das findet man aber in der heutigen Umwelt und das findet man auf jeden Fall in der Dezettbank, dass man einfach Kollegen, Vorgesetzte hat, die einem auch mal ein bisschen mehr Freiräume geben. Und wenn einer mit so einer konfusen Idee ankommt wie dem Internet, dann sollte man ihm zumindest erst mal zuhören. können wir vielleicht noch mal ein bisschen über eure Learnings auch wirklich aus der Kollaboration mit Startups sprechen. Da hatten wir nämlich vor kurzem erst schon mal drüber gesprochen, wie es tatsächlich für uns für euch funktioniert und wie halt nicht. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Message sowohl an Startups, aber auch an Unternehmen. Genau, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ich freue mich auch, dass ich einfach hier auch mal drüber erzählen kann, weil bei uns laufen ja sehr viele Startup-Anfragen auch auf. Weil wir sind einmal der Kontaktpartner für das Tech-Quartier und dann kommen viele Leute auch zu, weil sie sagen, ah, Innovation und Digitalisierung, die sind ja für die Digitalisierung der Dezettbank zuständig, deswegen sprechen wir die jetzt mal an. Also erst mal sind wir nicht für die Digitalisierung der Dezettbank zuständig, sondern wir machen alles die jeweiligen Fachbereiche bei uns. Und dann funktioniert es tatsächlich nicht so gut, wenn ein Startup sagt, ich habe hier mal eine coole Lösung XYZ. Ja, ich habe hier ein super Security-System oder ich habe hier eine ganz tolle App, mit der verdoppelst du deine Kundenzahl in 30 Tagen und die letzte Woche war einer, der hat gesagt, hier, ich kann euch ganz schnell anbinden an unsere Systeme und dann könnt ihr sehr schnell die Kontakte zu euren Kunden aufnehmen. Da habe ich gesagt, okay, erst mal haben die sich gar nicht mit unserem Geschäftsmodell befasst, denn die Z-Bank hat gar keine Privatkunden an der Stelle und dann ist es, ich habe gemerkt, es ist unheimlich schwierig, wenn einer mit einer Lösung von draußen kommt und diese Lösung in die Fachbereiche sozusagen reinzubringen. Also, erst mal ist es manchmal, erst mal muss man versuchen oder müssen wir dann versuchen, diese Lösung jeweils zu verstehen und wir bekommen jeden Tag so drei bis vier Anfragen und da fällt es schwer, wir können nicht jede tatsächlich, das ist nämlich nicht meine Hauptaufgabe, können nicht jede Anfrage im Detail analysieren, das Geschäftsmodell verstehen und dann gucken, wer ist der Fachbereich dann. Wenn wir Anfragen haben, die so klar sind und dass die Nachfrage so ist, dann können wir diese Anfragen gerne an die jeweiligen Fachbereiche weiterleiten. Wir wissen aber, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit relativ gering ist, weil die Fachbereiche, auch wenn die Lösung super gut ist, aber die Fachbereiche haben vielleicht in diesem Moment gerade eine ganz andere Priorität, einen ganz anderen Schwerpunkt, haben vielleicht auch schon eine Lösung, die sie sich gerade vor einem Jahr vielleicht eingekauft haben. Dann ist das schwierig zu sagen, okay, jetzt reden wir auch noch mal mit denen und deswegen sagen viele Fachbereiche dann, nee, heute jetzt nicht, ich lege mir das mal zu den Akten oder melde mich gar nicht. Und ich warne dann immer schon die Startups vor und sage, ist jetzt nicht wahrscheinlich. Manchmal wissen wir, dass Fachbereiche übersuchen, manchmal kommen Fachbereiche auch zu uns und sagen, hey, wir suchen mal eine Lösung in dem und dem Umfeld, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher. Aber wenn man diesen umgekehrten Weg geht, wenn wir diesen umgekehrten Weg gehen, also vom Tech-Quartier, ihr nennt das dann der Scouting praktisch, wenn wir nach den Bedürfnissen der Fachbereiche Startups scouten und dann nach bestimmten Lösungen beispielsweise suchen, da halte ich die Erfolgswahrscheinlichkeit für deutlich höher. Das mag jetzt frustrierend sein, weil wir werden ganz häufig angesprochen von Startups, aber das ist tatsächlich die Realität, so wie wir das in den letzten fünf Jahren hier auch erlebt haben. Also dieses Reinpushen ist deutlich schwieriger und ich würde mal sagen, von 100 Anfragen ist vielleicht eine erfolgreich. Aber das ist tatsächlich die Realität und aus Sicht der Fachbereiche kann ich es auch verstehen, weil man sagt, wie gesagt, ich habe bestimmte Prioritäten, ich habe gerade bestimmte Themenstellungen oder aber das Startup hat gar nicht, das Unternehmen hat gar nicht verstanden, was wir machen. Das muss man ja auch sehen. Man muss ja dann verstehen, dass die DZ-Bank keine Bank für Privatkunden zum Beispiel ist, selbst kein Privatkundengeschäft hat, also nur indirektes Privatkundengeschäft. Bedeutet aber, dass ihr einfach auch sagt oder die Empfehlung, wie gesagt, aussprechen würdet, man sollte das schon über so einen kuratierten Ansatz machen, dass man einen Partner hat, wie es können jetzt wir sein, wo man einfach sagt, hört zu, das und das steht an, das und das ist die Anfrage aus dem Fachbereich und weil es dann einfach ein bisschen besser funktioniert. Okay. Ich finde es ein super wichtiges Learning. Ja, also ich finde es auch ganz wichtig und ich sage es dann auch mittlerweile auch immer dazu, wenn wir so eine Anfrage bekommen, ich finde manche Anfragen auch total interessant, wo ich sage, da würde ich mir auch wünschen, dass wir das machen. Aber wie gesagt, ganz häufig oder manchmal sind es auch ähnliche Anfragen. Wir hatten jetzt so ein paar Anfragen zum Thema Pay-Per-Use, da ist sogar aus einer Anfrage im vergangenen Jahr ein ganz konkretes Projekt geworden, das haben wir auch hier im Innovation Lab gehabt, ein ganz konkreter Prototyp entstanden. Das war ein Start-up, war übrigens von einem mittelständischen Unternehmen ein Start-up gegründet, da ist tatsächlich dann auch ein Produkt draus geworden und ein Folgeprodukt haben wir jetzt auch gerade aktuell bei uns im Innovation Lab, das ist dann auch ganz faszinierend. Das ist aber eher die Ausnahme, würde ich sagen. Und man muss eben dazu sagen, die Fachbereiche befassen sich mittlerweile auch, die kennen auch, die wissen, dass es Start-ups gibt, das ist ja nun kein Geheimnis mehr, die haben jetzt auch keine Angst davor, sondern die wissen, dass es da auch viele interessante Lösungen gibt und die Z-Bankgruppe ist auch, ich glaube nach der Deutschen Bank und der Commerzbank, die mit den meisten Start-up-Kooperationen hier in Deutschland zumindest. Deswegen ist ja vielleicht, darf ich das noch ergänzen, das ist ja auch mal so ein Tipp ans Tech-Quartier, deswegen finden wir immer solche Veranstaltungen auch gut, die fachbezogen sind. Also diese allgemeinen Veranstaltungen, ich stelle jetzt mal 20 Start-ups aus ganz verschiedenen Fachbereichen vor, da kriegt man wahrscheinlich, da kriegt man die Leute von unserer Seite gar nicht so gut hin. Wenn jetzt hier eine Fachveranstaltung stattfindet, beispielsweise jetzt, das findet, glaube ich, demnächst eine Stadt zu Digital Assets. Da weiß man ganz genau, wen man da anspricht, muss man sagen, relativ viele Leute, ah, da komme ich hin. Und dann nehme ich auch daran teil, dann hat man so einen sozusagen fachspezifischen Fokus, der dann auch viel eher sozusagen die Zielgruppe in den Corporates tritt. Ich glaube, wir profitieren aber auch einfach alle, also, sage ich mal, das Tech-Quartier-Team, die Tech-Quartier-Community profitiert von dem offenen Feedback, was unsere Partner, wie jetzt ihr einfach geben, weil wir müssen wissen, sage ich mal, in welche Richtung wir Themen anbieten und auf welche Art und Weise wir Start-ups euch vorstellen. Von daher finde ich, das ist eine sehr wertvolle Diskussion. Direkt zum Schluss wollten wir noch mal so ein kleines Blitzfragen-Antwort-Spiel machen, einfach mal zu gucken, was so spontan bei dir als Antwort kommt. Schnelle Innovation oder strategische Innovation? Schnelle Innovation. Wo passiert mehr Innovation? Start-up oder Innovationsabteilung großer Firmen? Start-ups. First Mover oder Follower? Follower. Starre strukturierte Prozesse oder offene Strukturen? Offene Strukturen. Anruf oder Videocall? Videocall. Homeoffice, Remote Work oder Office? Office. Wer inspiriert dich? Wenn ich so über Menschen lese, so wie Steve Jobs oder Elon Musk oder sowas, dann finde ich das immer völlig inspirierend. Ich möchte nie so sein wie die oder werde auch nicht so, aber irgendwie finde ich es trotzdem immer mal inspirierend, wie die an ihre Ideen glauben oder mit welcher Energie die ihre Ideen umsetzen und auch vorantreiben und damit auch immer versuchen, die Welt zu verändern. Das klingt immer ein bisschen pathetisch und auch versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist vielleicht ein bisschen zu pathetisch, aber trotzdem finde ich das finde ich es immer ganz faszinierend, diesen Leuten zumindest über Büchern oder Videos über die Schulter zu schauen. Vielleicht sollten wir sie mal einladen. Und mal eine schöne Diskussion. Ja, glaube ich auch. Ja, schön. Also es freut uns sehr, dass du heute da warst. Ich fand es eine sehr interessante und auch wirklich sehr nah an der Realität befindende Diskussion. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, es ist schon vorbei. Ich bin überrascht, dass es schon vorbei ist. Sehr schön. Ja, Bire, vielen Dank. Ja, danke.